So, da bin ich jetzt auch schon wieder zurück. Mittlerweile hier gut ausgeruht. Ich habe da doch mal eine längere Pause gemacht, alias ein Mittagsschläfchen. Ja, gut, interessiert euch jetzt? Es war weniger, aber egal, das muss sich schnell loswerden. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier nicht weiter. Da gehen wir dann später nochmal hin, weil auf das hier habe ich alles keinen Bock. Halt, das wollte ich eigentlich erstmal noch gucken, ob wir zufälligerweise noch neue Dinge haben. Ja, eins davon und eins davon, genau. Nehmen wir jetzt erstmal mal die da, mal gucken, auf was ich dann komme. Weil dementsprechend fahrt ich mich da woanders hin. Äh, oh Gott. Ja, gut, ne, dann so auch nicht. Dann würde ich vorschlagen, gehe ich jetzt erstmal hier zum Erntetal und machen wir dann da weiter. Beziehungsweise auch nur indirekt. Ich hole hier einen Duftzweig ab. Und dann holen wir erstmal das Mage-Set für mich, dass das jetzt auch schon mal komplett abgeschlossen ist. Den Ring lasse ich erstmal. Äh, ich meine zwar, dass ich da hier ein, äh, na, Asketen-Leuchtfeuer benutzen könnte. Und natürlich das gleiche auch für die Trophy dann hier die Charaktere weiter hoch zu pushen. Na, das würde natürlich auch gehen. Aber, das Ganze lasse ich dann mal, äh, Aswahl lieber. So dann, bis er wirklich hier dieses, äh, Gespann tot ist. Und, ja, ne. Deswegen mache ich das erstmal so. Müssen ich nur mal kurz überlegen. Weil, das war jetzt, ist es jetzt da vorne? Oder wo war das jetzt? Irgendwo hier war es auf jeden Fall. Äh. Äh. Hm. Geh mal das halt ein. So, die Fuzzis, das konnten die, äh, konnten die nochmal? Nix. Sehr schön. Nix ist immer gut. In dem Fall. Ja. Also wir das ja alles einsammeln. Die da nicht schärfen, ne, das ist ja hier auf jeden Fall nicht. Äh, steckt die Schulter hoch hier. Der Kack. Äh. Gut. So, jetzt haben wir das erstmal. Äh. Allerdings gibt es hier jetzt gerade keinen Safe-Spot mehr. Na, das wird auch nichts bringen. Kriege ich den noch nicht mal ins Target. Äh, Wurst. Schön in die Seele. So. Gut. Äh. Haut zu, danke. Hö, höh. Äh. So. Alles klar. Genau. Den hier. Fast. Wenn der mich trifft, könnte ich was wetten, wäre ich inste tot. So, die machen wir jetzt einfach auch mal so. Diese kleinen, komischen Kackeldinger. So. Natürlich hier ist mal kein Loot. Da oben ist einer. Aber da wurde ich meinen, kriegen wir den ja auch noch schnell mit. Genau. So. Was will ich alles einsammeln? Weil irgendwo ist der. Ach, das ist normalerweise, ne? Ja. Da hinwurde es theoretisch weitergehen, da will ich aber erstmal nicht hin. Gut, schlussendlich dann schon. Ah, noch nicht jetzt. Nein. Das war es auf jeden Fall auch nicht. Hä? Gut, da ich jetzt auch nicht weiß, wie schnell das tickt. Können wir es eigentlich gleich mal ausprobieren, ne? Na, komm, scheiß drauf. Gut, das ist jetzt auch so mehr oder weniger gebremst. Ja, das war es. Gut. Passt. Aber da geht's. Die Dinger hier. Gut. Das ist ja auch nochmal. Da kommt ja gleich wieder einer, oder? Ne. Äh. Gab's nix darin, aber genau auch einer wie wild oder mir und hier rum. Duftzweig, sehr schön. Hehehe. Äh. Oder auch nicht. Cooler Stein. Okay. Gegen wen kämpft der denn da? Hä? Hm. Da war ja was. Was ist denn das hier? Schneider. Feuersamen. Okay. Wäre dann nice. Für Pyromantie später. Ja. Verballern wir halt mal ein paar von denen. Was soll's? Geht er da wieder zurück, weil ich brüche nämlich hier. Das ist nämlich der Plan B. Äh. 3.000 Seelen. Um hier Zeug's noch zu machen. Oh Scheiße. Das war jetzt knapp. Wupp. 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 Okay. Nice. Kackvieh. Naja. Komm. Scheiß drauf. Geh auf zu blocken. Okay. So. Sehr schön. Äh. Ja. Richtig. Da lang. Ich bin hier. Hahaha. Die Seele. Kringel, 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 kringel. Ach da ist er ja. Ja. Lustig. Gut. Das haben wir alles. Reicht das mal. 2, 6. Jede Menge Seelen und Titanitzeug. Äh. Na gut. Jede Menge Seelen ist übertrieben. Aber halt ein paar. Und das Wichtigste. Ein Duftzweig. Daher passt das. Und. Hm. 2, 6. Moit. Was hatten wir denn jetzt hier? Äh. So was nochmal? Ausdauerregeneration. Nein. Halt Gift. Pff. Ja gut. Das hätte ich jetzt auch mal benutzen können. Aber ist egal. Äh. Das hier. 7 schöne Seelen. Pff. Für den Arsch. Das bringt gar nix. Aber das hier ist wichtig. Durchzweig. Äh. Hm. 2, 6, 7 Stück. 7 mal 5, 7 mal 35. Ne reicht nicht. Ah. Ganz knapp ne. Ah. Warte. Das geht gar nicht. Fahren wir einfach kurz weiter hier. Bis wir 3000 haben. Und dann. Ja. Machen wir den Rest. Ah ja. Der geht ja jetzt auch wieder. Die auch. Meint. Wie wird das mit dem hier aussehen? So. Na klar. 3, 4. Das sieht ja schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Aber. Ah. Genau. Da ist ja nix. So. Ach. Was soll's. Ne. Die peige ich ja da auch noch mit. Na klar. 3, 6. Passt. So. Dann gucken wir jetzt mal. Ob ich das noch richtig in den Lohnen habe oder nicht. Also mein Plan B. So. Reisen da hin. Aber definitiv. Erntetal. Ist eigentlich ganz easy. Bis auf den Anfang. Aber sonst. Ist ja ganz gut die Idee. Das halt da wieder zu machen. Vor allem der Boss da. Ist nicht grad schwer. Äh. Genau. Das ist ja der von No Man's Warf. Genau. So. Und der hat hier. Genau das hier. Sehnsucht. Sinnheitliche Kugel. Die als Köder dient. Und Gegner an sich lockt. Das ist natürlich hier. Wiederum eine gute Möglichkeit. Für. Die Teile. Beim. Äh. Na. Bei dem komischen Wagen. Damit die da dann stehen bleiben. Und ich in der Ruhe hier die Beschwererin abballern kann. Dann. Aber Subblespear ist natürlich auch. Äh. Geil. Also der hier. Der Schwere ist hier im Pfeil. Große Schwere ist natürlich noch besser. Aber egal. Holen wir aus Medina. Dass wir das schon mal haben. Genau. Und dann passt es auch aus Mal. Würde ich meinen. Und beim nächsten Mal. Gehen wir dann weiter. Aus Mal den Duftzweig einlösen. Soweit wir da kommen. Und scha. Ne Moint. Ich hab jetzt grad noch was ein. Weil der Duftzweig so an sich ja gut. Das würde ja eigentlich direkt gehen. Weil das mehr oder weniger am Anfang ist. Aber ich wollte mal noch hier gucken. Wenn ich mich da hingehe. Äh. Nach dem Ring. Ja ja. So. Gegenstand kaufen. Das war. Nein. 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 Da. Das. Ring des Geflüsters. 5800. Okay. Da muss ich ein bisschen farben. Äh. Ja. Ja. Macht nichts. Dann machen wir in dem Fall einfach hier. Da hinten weiter. Das Magie-Set holen wir im nächsten Mal. Und ja. Das war es in dem Fall auch für jetzt. Wünsche ich euch was. Ne. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Servus. Und ciao. Hey. Hey.